Formel-1-Kommission hat Veränderungen vereinbart. Gestern traf sich die Formel-1-Kommission in London zur Vereinbarung von vielen Gesprächsthemen. Es wird ein neuer Regenreifen ab dem Emilia-Romagna-Gumpri in Imola vorgestellt, der leistungsstärker als die alte Spezifikation sein soll und der keine Heizdecken benötigt. Eine technische Richtlinie wird vorbereitet und diese erlaubt den Teams Arbeiten außerhalb der ATR und außerhalb der Budget-Obergrenze durchzuführen. Die Tests auf der Strecke sind für Sommer bzw. Herbst geplant. Außerdem wurde dem Vorschlag zugestimmt, die Funkspruchregulierung zu und von Fahrern zu jeder Zeit zu lockern. Auch bei den Park-Famil-Regeln an Sprintwochenenden gibt es Änderungen. Die Teams sollen mehr Freiheit beim Austausch von Teilen haben, die häufig beschädigt werden. Änderungen werden auch an folgenden Strecken umgesetzt. In Saudi-Arabien kommt es zu Änderungen zur Verbesserung der Sicht an Kurveneingang, darüber hatte ich ja bereits berichtet. In Aserbaidschan und in Miami werden die Strecken komplett neu asphaltiert, in den Niederlanden wurde der Abstand zwischen den Boxenstop-Positionen um anderthalb Meter vergrößert und in Katar wird ein neues Boxengebäude sowie eine neue Infrastruktur für das Fahrerlager gebaut. Nach der Analyse der DRS-Zonen für 2022 hat die FIA einige Veränderungen für 2023 vorgenommen, um entweder das Überholen zu erleichtern oder es auf bestimmten Strecken zu erschweren, auf denen es als zu leicht angesehen wurde. Diese Änderungen werden in Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Aserbaidschan und Miami umgesetzt und beinhalten eine Anpassung der Erkennungs- und Aktivierungszonen. In Australien kommt es übrigens zu einem Comeback der vierten DRS-Zone. Es kommt zu kleineren Änderungen am sportlichen, technischen und finanziellen Reglement für 2023. Es kam auch zu einer Formulierung, die sicherstellt, dass kürzere Rennen auch damit reduzierten Punkten gewertet werden, wenn sie nicht mit einem abgebrochenen Rennen enden. Außerdem darf ein FIA-Auditoren-Team einen leichteren Zugang zu den Fabriken verschaffen, um die Einhaltung des Finanzreglements durch die Teams und den Motorenhersteller sowie der operativen Beschränkungen des technischen und sportlichen Reglements zu überwachen. Es kam zu einer Vereinbarung, die Budget-Obergrenze für mehr Rennen über 21 zu erhöhen, welche von 1,2 Millionen US-Dollar auf 1,8 Millionen US-Dollar pro Rennen steigt, da der Trend zu mehr Fly-Away-Rennen geht. Wichtig ist noch, dass alle regulatorischen Änderungen der Zustimmung des World Motorsport Council abgesegnet werden müssen. Meinungen dazu in die Kommentare, gerne das Video teilen und den Kanal abonnieren.